Hallo! Endlich ist unser Stadion wieder voll! Endlich sind wir alle wieder da! Endlich sind die Ultras wieder da! Und eins ist noch ganz klar in der Blau-Weißen. Heute zählt's! Heute brauchen wir alle zusammen diese drei Punkte, die Mannkraft, die Trainer, die Fans, die Kurve, alle zusammen! Also, macht euch bereit, alles zu geben! 90 Minuten lang für La Reis! Macht euch bereit für Ballerins Fußball-Team Nummer 1! Macht euch bereit für Heiko! Hier kommt die Mannschafts-Aufstellung, präsentiert von Auto Hero! Die Mannschafts-Aufstellung! Im Tor, die 37, Maxfield! Die 2, Picker! Die 4, der Kapitän Döderich! Die 6, Lanimir! Die 11, Muisian! Die 18, Santyano! Die 19, Strang! Die 20, Marc-Oliva! Köln! Köln! Die 29, Lücker! Köln! Köln! Die 42, Julian! Köln! Köln! Und die 44, Linus! Köln! 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 Es ist Samstag, 18.30 Uhr, erste Fußball-Bundesliga im Berliner Olympiastadion. Berliner, Brandenburger, Herr Kader, hier kommt unser Team, die Mannschaft von Herr Kader. Ja! Ja! Freunde, was gibt dir schönes, als hier im Stadion unsere alte Mannschaft mit Däunchen zu drücken und sie von der Rennung zu unterstützen auf dem Weg nach oben. Nur nach Hause! Nur nach Hause! Nur nach Hause! Geh mir nicht! Nur nach Hause! Nur nach Hause! Geh mir nicht! Alle warten von der Spannung auf das absolut gespielt, denn die Jungen und der Hertha haben alle ein Ziel. Heute fallen die Jungen, für das Traum ein Schreck wie Gott! So wie so! Oh, oh, oh! Und so wie schon! Oh, oh, oh! Nur nach Hause! Nur nach Hause! Nur nach Hause! Geh mir nicht! Nur nach Hause! Nur nach Hause! Nur nach Hause! Nur nach Hause! Geh mir nicht! Gute! 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 Vergangen Sie! Wir sind an Berlin am Herzen, lasst uns ein fröhliches Fußballfest von großer Kulissefeind. Aber bitte ohne diese gefährliche Pyrotechnik gerade ausverkauft im Stadion. Viele Kinder sind nach langer Zeit mal wieder live im Stadion erschrecken und gefährden sie keine Kinder. Heute haben wir ein friedliches Italiener Fußballfest.